Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Hörbuchvorstellung. Wir hören Todsünde von Dion Mayer, gelesen von Martin Bruss. Es ist bereits der achte Fall für Benny Grissel, den besten Krupp von Kapstadt. Den Inhalt und noch mehr Hörbuchinfos findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's auch schon los. Grissel spürte sofort das intensive Bedürfnis nach der beruhigenden Wirkung eines Jack Daniels. Er war trockener Alkoholiker. Kein Tropfen seit über 200 Tagen. Er und Liebenberg klappten die Griffe ihrer R5-Gewehre aus und luden, die Daumen auf den großen Sicherheitsmechanismen. Cupido bremste, um den Abstand zum BMW zu halten. Die beiden Straßenräuber, die vorne Mercedes Ausschau nach herannahendem Verkehr hielten, sahen und hörten die Falke gleichzeitig. Sie riefen den anderen acht, die dabei waren, die Kisten mit dem Geld hinten aus dem Pry-Transporter zu holen, eine Warnung zu, aber es war zu spät. Als sie die ersten Schüsse auf die SAPD-Fahrzeuge abfeuerten, hatten der BMW und der Everest bereits mit quietschenden Reifen angehalten, quer zur Fahrbahn. Die Fahnder stiegen auf der sicheren Seite aus, gingen in Deckung und erwiderten das Feuer. Cupido, dessen Stompy nicht für diese Distanz gebaut war, hielt seine Glock 17 in beiden Händen. Gewehrfeuer ratterte, Geschosse prallten gegen alle drei Fahrzeuge und auf den Asphalt. Kugeln pfiffen vorbei, manche ganz dicht, der chemische Qualm der Treibladungen reizte die Schleimhäute. Die acht Geldkistenträger mussten sich schnell entscheiden. Sollten sie ebenfalls das Feuer erwidern, oder sollten sie die Beute so schnell wie möglich in die Fluchtfahrzeuge verladen. Schließlich war der Weg nach Pal hinter ihnen noch frei. Der Anführer mit der orangefarbenen Mütze, sehnig, schlau und furchtlos, wusste aus Erfahrung, dass seine Kumpels die Polizei in der Regel lange genug ablenken konnten. Er befahl den anderen, die Kisten in die Autos zu laden. Doch er ahnte nichts von Frankie Philanders Talenten. Philander war einer der drei besten Schützen des DPMO am Cup. Besser bekannt als die Falke. Und seine Erlebnisse als junger Polizist in der Township Mitchells Plain hatten ihn gelehrt, ruhig zu bleiben, wenn auf ihn geschossen wurde. Deswegen hatte er seine R5 auf Einzelschuss eingestellt und lag hinter dem Heck des BMW auf dem Bauch. Seine Kollegen gaben ihm Feuerschutz. Er wartete auf eine günstige Gelegenheit und zielte durch das große vordere Ringvisier des Gewehrs auf den ersten Mann am Mercedes. Philander traf ihn in die rechte Schulter. Der Mann zuckte und ließ seine AK fallen. Philander schwenkte den Lauf nach links. Von dem anderen bewaffneten Straßenräuber hinter dem Mercedes konnte er nur den Ellbogen erkennen. Er zielte, berechnete die Armbewegung seines Ziels und schoss. Die 556-45er Kugel zerschmetterte den Knochen. Der Mann schrie auf vor Schmerz und zuckte zurück. Keiner der Gangster erwiderte jetzt noch das Feuer. Das war der Augenblick, in dem Benni Rissell glaubte, sie hätten die Sache unter Kontrolle und heute würden die Guten gewinnen. Dann rückte die Kavallerie an. Ich hoffe, euch hat die Hörbuchvorstellung gefallen. Bitte gebt eine Daumen nach oben. Wenn ihr das Hörbuch bereits gehört habt, dann schreibt doch einen Kommentar, wie euch das Hörbuch gefallen hat. Der erste Fall mit dem Ermittler Benni Rissell erschien bereits 2004. Mich würde interessieren, ob ihr die Serie bereits kennt und was ihr davon haltet. Schreibt doch bitte einen Kommentar, welcher Band der beste der Serie ist. Dieses Hörbuch könnt ihr kostenlos im Probe-Abo downloaden. Schaut in die Beschreibung, dort findet ihr Links und weitere Hinweise. Das Hörbuch hat eine Laufzeit von 16 Stunden und 18 Minuten. Das Hörbuch ist am 16. August 2021 bei Audible erschienen. Hier rechts findet ihr eine weitere Hörprobe. Bitte lasst auch ein Abo da und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer über neue Hörbücher informiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017